Momentan arbeite ich an einem neuen Spiel, und zwar Sonocido the Mage. Das ist ein rundenbasiertes Dungeon-Crawler-RPG. Und wenn ihr so Spiele wie Legend of Grimrock mögt, dann klickt doch auf den ersten Link in der Beschreibung. Der führt euch zur Steam-Page von meinem neuen Spiel. Schaut euch das an und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann lasst doch eine Wishlist da. Würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es war ein Abend wie jeder andere. Das Blinken der Automaten und der Qualm der Zigaretten machten mir Kopfschmerzen, aber Job war Job. Ich hatte die Spielhalle vor einigen Jahren eröffnet, nachdem in meiner Jugend mein Vater sein ganzes Geld dort verloren hatte. Ich kannte den Reiz. Mein Vater hatte mich immer wieder damit zugequatscht. Wie bilden sich die Reihen diesmal? Habe ich drei hiervon? Vier? Vollbild. Ein Buch fehlt noch für die Freispiele. Die ganzen schwachsinnigen Geschichten, dass es irgendeine Technik gab. Mein Vater hatte damals häufiger nicht einmal Geld für die Busfahrkarte nach Hause gehabt und hatte dann einfach auf irgendeiner Parkbank geschlafen. Und das nicht nur einmal. Und während ich wieder allein zu Hause im Bett lag und mein Vater verfluchte, wurde mir klar, dass einer immer gewinnt. Der, der den Automaten besitzt. Meine Stammgäste waren Dieter, dessen Spielsucht nicht sein einziges Problem war, Gustav, der glatzköpfige Dorfpolizist, und Lara, eine 70-Jährige, die von morgens bis abends am Automaten hing. Wie eine Maschine schmiss sie alle paar Minuten ein 2-Euro-Stück in den Kasten. Die Auflagen für die Spilos wurden immer strenger, aber das hinderte die Süchtigen nicht. Dann bediente man eben noch einen Automaten mehr oder rauchte noch eine. Die Online-Casinos machten mir da mehr Sorgen, aber ich hatte eine feste Stammbelegschaft, die mich gut versorgte. Gustav verließ gegen 21 Uhr mit Dieter die Spielhalle, um sich in der Kneipe eine Straße weiter wie jeden Abend zuzusaufen. Später würden sie wiederkommen, weiterspielen und dann mit dem Auto nach Hause fahren. Sie waren gerade zur Tür raus, als sein alter Mann mit Stock hereinkam. 80, vielleicht sogar 90. Seine Kleidung hatte Risse und er schien verwirrt zu sein. Längst hatten die anderen Gäste ihr Spiel unterbrochen und sahen den alten Mann an. Genervt hiefte ich mich von meinem Platz und ging zu dem alten Mann. Haben sie sich verlaufen? Sie verfolgen mich. Ich muss meinen Sohn sprechen, sagte er. Wer verfolgt sie? Kann ich bei Ihnen telefonieren? Normalerweise würde ich dafür etwas Geld verlangen, aber ich glaubte nicht, dass der alte Geld hatte. Wenn Gustav noch an Ort und Stelle gewesen wäre, hätte ich den Fall direkt an die Polizei übergeben können, aber der alte Säufer war natürlich nie da, wenn man ihn brauchte. Ich überlegte rüber zur Kneipe zu gehen, aber ich wollte erst einmal wissen, was überhaupt los war. Wen wollen Sie anrufen? Fragte ich. Mein Sohn wird mich zurück ins Heim bringen. Ich wusste, dass er log, aber er schien halbwegs bei Sinnen zu sein und wirklich nur telefonieren zu wollen. Ein Moment. Ich ging herüber zum Tresen und holte mein Funktelefon. Wie ist die Nummer? Er diktierte sie. Wie heißt er? Matthias. Matthias Sprem. Er schien nicht glücklich darüber, dass ich selbst dort anrief, aber ich wollte nicht, dass er stundenlang über irgendwelchen Kram redete und meine Rechnung in die Höhe trieb. Vor allem, weil es eine Handynummer war. Eine junge Männerstimme meldete sich. Ihr Vater ist hier. Er sagt, er würde... Mein Vater? sagte der Mann und seine Stimme überschlug sich. Wo sind Sie? Ist er wohl auf? Ich erklärte ihm, wo er hinfahren sollte. Ich bin gegen 23 Uhr da. Nicht früher. Er soll mit niemand anderem mitgehen. In Ordnung, sagte ich und legte auf. Ich fragte den Alten, ob er einen Kaffee wollte. Wovor fliehen Sie? Fragte ich ihn. Er erzählte irgendetwas über ein Experiment und dass er einen Fehler gemacht hätte. Je länger er redete, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass er viel Scheiße erzählte. Episodenhaft psychotisch? Mal wirkte er vollkommen normal und dann faselte er wieder irgendwelches Zeug. Bis 23 Uhr waren es noch knapp zwei Stunden und es nervte mich, dass ich mich verpflichtet fühlte, ihn irgendwie zu beschäftigen. Also hörte ich mir das Gelaber weiterhin an und blickte zur Uhr, deren Zeiger unscheinbar über das Ziffernblatt schlichen. Die Zeit verstrich ereignislos. Ein paar genervte Ausrufe von den Spielern immer mal wieder. Ein paar Zigaretten. Kurz vor halb elf kam ein junger Mann herein. Ziemlich durchschnittliche Kleidung und Aussehen. Ist er pünktlich? Ist das die richtige Uhrzeit? Ich runzelte die Stirn. Das war nun schon wieder. Ja, ja, er ist korrekt, sagte ich und der Alte ging auf den Mann zu. Ich will deinen Ausweis sehen. Klar, Paps, sagte der junge Mann und ich runzelte die Stirn, aber er drückte mir ein Fünfziger in die Hand, bedankte sich und so war auch ich zufriedengestellt. Keine Minute später waren die zwei verschwunden. Ich war froh, dass der Spuk ein Ende hatte und setzte mich wieder an den Tresen, kümmerte mich um die Gäste und spielte nebenbei auf meinem Handy. Doch gegen 23 Uhr kam der junge Mann erneut in den Laden. Er blickte sich verwirrt um und ging dann zu mir. Wo ist mein Vater? Fragte er aufgeregt. Das müssten sie doch am besten wissen. Er widerte ich irritiert. Wie meinen Sie das? Er runzelte die Stirn und dann wich die Farbe aus seinem Gesicht. Sie haben ihn doch abgeholt. Ich sagte doch, ich bin um 23 Uhr da. Er gestikulierte wild und klang verzweifelt. Sie haben ihn doch mitgenommen. Das war ich nicht, verdammt nochmal. Sie wissen gar nicht, was Sie gerade getan haben. Einzelne Tränen liefen seine Wangen herunter. Er stürmte aus dem Laden und ließ mich völlig verwirrt zurück. Tage später stolperte ich bei einem Artikel in der Zeitung, in dem stand, dass Heinrich Spremm zerfetzt am Stadtrand gefunden wurde. Der ganze Körper von unzähligen Brandwunden übersät. Ich hatte keine Ahnung, wer oder was ihn abgeholt hatte und was ihm genau angetan wurde. Müde legte ich die Zeitung weg und trank noch einen Schluck Kaffee. Natürlich sah es schlimm aus. Aber ich hatte auch Besseres zu tun. Ich hatte auch Besseres zu tun. Kannst du nicht einfach deine Fresse halten, dachte ich, als mich Herr Rehkheips wieder zutextete. Er erzählte uns von Verkaufsstrategien und fragte uns zum dritten Mal, ob wir die Kunden auch wirklich immer fragten, ob sie noch etwas wollen würden. Für Ralfs Hähnchen lief es nicht gut. Hähnchenwagen hatten sich vielleicht überlebt. Die anderen Leute im Raum schienen ganz wie ich zu fühlen. Bitte, bitte, hör auf zu reden, dachte ich. Aber was blieb mir übrig? Was für einen Job könnte ich sonst machen? Ich versuchte, das Gelaber von Herrn Rehkheips auszublenden und dachte an Klaras Gequieke. Sie war wieder dagewesen. Jeden Freitag kam sie gegen Schichtende zu meinem Wagen. Dem Dorf fiel es zum Glück nicht auf, dass ich immer eine halbe Stunde früher Schluss machte, um es Klara auf dem Boden zu besorgen. Es machte mich immer noch an, auch wenn es jetzt schon seit zwei oder drei Monaten so ging. Sie war einfach eines Freitags, als ich in Guckdorf mit meinem Wagen stand, zu mir gekommen und hatte mich gefragt, ob ich sie schön finden würde. Sie war etwas dicklich, aber nicht hässlich, und so machte ich ihr ein Kompliment. Wir hatten ein wenig geredet und kurz vor Ende der Schicht war sie in meinen Wagen gekommen und wir hatten zum ersten Mal miteinander gefickt. Zwischen fettigen Hähnchen und Servierten. Nach über einer Stunde ließ uns der Chef endlich gehen. Mögliche Änderungen, Markttheorien und anderes Zeug. Es waren einfach Hähnchen und sie verkauften sich nicht. Fertig. Als ich zu Hause ankam und mich hinlegte, dachte ich wieder an Klara. Übermorgen war wieder Freitag. Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Wagen nach Friedrichshausen. Wieder ein elendiges Kuhkopf. Ein paar Kunden kamen, nahmen fettige Hähnchen mit nach Hause oder aßen sie schon dort. Die Zeit verstrich langsam und ich starrte die meiste Zeit einfach nach draußen. Hin und wieder ging ich raus zum Rauchen. Als ich meine sechste Zigarettenpause machte, sah ich in die Ferne und runzelte die Stirn. War das Klara? Sie war zu weit weg, um das sicher sagen zu können. Sie stand kurz da, sah mich an und verschwand dann in einer Nebenstraße. Ob sie es gewesen war oder nicht, konnte ich nicht sagen. Endlich war es wieder Freitag. Es irritierte mich immer noch ein wenig, wenn ich sah, wie Klara auf den Wagen zukam. Nie in Eile. Immer nur Stück für Stück. Es erregte mich zu sehen, wie sie quälend langsam auf den Wagen zuschritt. Nachdem ich den Wagen verschlossen hatte und wir Sex gehabt hatten, fragte ich sie, ob sie das in Friedrichhausen gewesen war. Sie verneinte und sah ziemlich irritiert aus. Die nächste halbe Stunde war sie eigentlich wie sonst, aber irgendetwas Befremdliches hatte sich hinzugemischt. Als sie gegangen war, machte ich ein Häkchen auf dem Kalender, auf dem die Plätze vom Hähnchenwagen für jeden Tag eingezeichnet waren. Vielleicht, was du siehst, daher. Das Wochenende verbrachte ich wie immer allein zu Hause. Es langweilte mich, aber mir blieb nichts anderes übrig. Am Sonntag bekam ich auf WhatsApp eine Nachricht aus der Arbeitsgruppe. Morgen Spezialversammlung vor Schichtbeginn. Ja, da freute ich mich. Am nächsten Tag weckte mich mein Wecker noch früher als sonst und ich quälte mich zu der Besprechung. Herr Rehkalbs hatte mittlerweile einen Masterplan vorliegen. Eine Routenänderung. Er erzählte diesmal etwas von Rotationssystemen, Sympathiekomponenten und benutzte viele Begriffe, die ich nicht verstand. Letzten Endes sagte es einfach dafür, dass ich nun anders fahren musste. An dem Tag zuerst nach Egeldorf, morgen Helmheim, Mittwoch Kauweil, daran hatte sich nichts geändert, und Donnerstag Neufundbach, freitags wieder Guckdorf, auch das war geblieben. Es beruhigte mich sehr, denn ich hatte absolut keine Ahnung, wie ich Klara hätte Bescheid sagen sollen, beziehungsweise ob dann dieses Gespann überhaupt noch weiter möglich gewesen wäre. Die Woche verlief belanglos und nur Freitag war wieder ein Lichtblick. Klara kam, wagen zu, Sex. Ich kam. Als sie sich wieder in ihre Bluse presste, fragte sie ganz plötzlich, Ist das was Ernstes? Ich war etwas überfordert mit der Frage. Wie meinst du das? Brachte ich irgendwann heraus. Sie sah mich nur an, aber wechselte dann das Thema. Am Wochenende bekam ich eine weitere Nachricht mit einer kommenden Besprechung. Herr Rehkhalbs machte noch mehr Druck und ich hatte das dumpfe Gefühl, dass diese Einsatzbesprechungen zur Routine werden würden und bald einige Leute ihre Stelle verlieren würden. Am Dienstag war wieder Gehalt auf dem Konto und ich rechnete durch, wie ich möglichst wenig diesen Monat ausgeben könnte, um überhaupt eine Rücklage zu haben. Am Mittwoch meinte ich, wieder Klara gesehen zu haben. Wieder weit im Hintergrund. Ich war mir zu 80 Prozent sicher, aber eben nicht zu 100 Prozent. Am Freitag sprach ich sie wieder darauf an. Diesmal wohl etwas zu penetrant, denn statt das Thema zu wechseln, sah sie mich wütend an, sagte, dass es aus wäre und verließ den Wagen. Ich machte mir Vorwürfe und ertränkte sie in fettigem Essen und ein paar Bier am Wochenende. Die Arbeit machte mir immer weniger Spaß. Zum einen war dort Rehkhalbs, der sich völlig in seinem Wahn zu verlieren schien, und zum anderen gab es keinen Lichtblick mehr in meine Routine. Am Mittwoch glaubte ich, wieder Klara gesehen zu haben. Auch am Freitag, weit weg. Aber sie kam nicht zu mir, sondern stand nur da, wenn sie es denn war. Irgendwann schloss ich den Wagen und wollte zu ihr, aber dann war sie weg. Es war also endgültig vorbei. Die Woche darauf sah ich sie öfter. Jeden Tag mittlerweile, und es wurde langsam unangenehm. Was anfangs einfach etwas seltsam war, machte mich paranoid. Zusätzlich war irgendwie herausgekommen, dass ich einige Zeit den Wagen ab und an früher zugemacht hatte, was Rehkhalbs auch an mir ausließ. Ich fühlte mich verfolgt, und gleichzeitig wurde die ganze Zeit die Angst, meinen Job zu verlieren. Eines Abends, als ich mit dem Bus nach Hause fuhr, meinte ich Klara sogar am Straßenrand gesehen zu haben. Ich sah sie langsam überall. Ich überlegte, ob ich die Polizei rufen sollte, aber was hätte ich sagen sollen? Mit der Zeit wurde ich immer sicherer, dass es Klara war, denn sie kam immer näher, sodass es nur noch die Spur eines Zweifels gab, dass sie es nicht sein könnte. Schließlich gab es die ersten Entlassungen. Erst Bosch, der schon länger nur noch angetrunken auf die Arbeit kam, und dann eben ich. Aber der Verlust der Arbeit ließ den Stress nicht abfallen und verminderte ihn nicht. Im Gegenteil, ich widmete mich nun vollkommen meiner Paranoia. Mehrmals am Tag sah ich raus durch die Schlitze in den Rollladen, ob Klara dort war. Erst dann verließ ich das Haus zum Einkaufen. Es blieb einige Zeit so, doch eines Tages stand sie da, starrte zu mir hoch. Es war nicht nur der Fakt, dass sie dort war. Was mich noch mehr beunruhigte, war, dass sie wusste, dass ich nach ihr Ausschau hielt. Sie musste mir ja schon einige Zeit nachgestellt sein. Schließlich hatte ich sie auf Teilen der Route gesehen, wo sie nicht hätte sein können, weil sie den neuen Plan nicht gekannt hatte. War sie es vielleicht gewesen, die es Rehkalbs gesteckt hatte, dass ich den Wagen früher zugemacht hatte? War sie Schuld daran, dass ich meine Arbeit verloren hatte? Ich verließ das Haus nicht. Irgendwann rief ich die Polizei an, aber stellte mich so blöd an, dass der Wichser am Apparat mich nur auslachte. Ich teilte mein Essen ein und schaute ständig durch die Schlitze. Doch jedes Mal stand sie dort und starrte mich an. Wusste, dass es nur noch eine Frage der Zeit war. Als es klingelte, zögerte ich erst, doch dann öffnete ich die Tür und ließ sie hereinkommen. Es blieb mir anderes übrig. Ich denke, ich bin glücklich. Ich wartete vor dem Lokal einige Momente, ordnete mich. Dieses Jahr noch, sagte ich mir. Es war nicht Angst, es war einfach Stress. Ich hatte weder bei meinem Ersten noch bei sonst einem Auftrag Angst gehabt. Einfach immer Stress, Stress, Stress. Zeitfenster, die eingehalten werden mussten, irgendwelche Extrawünsche und, und, und. Kontrolle über die Situation war alles, aber bedeutete eben auch viel Planung. Wie auch immer. Ich fasste mich und drückte die Klinke herunter. Seit Wochen traf ich mich mit Lars in diesem Lokal. Erst wollte er ganz harmlose Dinge und dann kam es zu dem eigentlichen Part meiner Arbeit. Mord. Ich ging rein, setzte ein Lächeln auf und sah, wie Lars leger herumsaß und mich beobachtete. Ich setzte mich zu ihm. Kurz darauf kam ein Kellner. Möchten Sie nun bestellen? Ja, meinte Lars. Was möchtest du? Brotwein. Für mich auch, bitte. Es war wie ritualisiert. Der Kellner verschwand und Lars beugte sich vor. Ist alles erledigt? Ich nickte. Ja. Alles problemlos? Keine Probleme. Lars lächelte. Wunderbar. Er reichte mir unter dem Tisch einen Umschlag. Ich zählte nicht nach. Das tat ich nie. Die Leute wussten, dass sie mich nicht verarschen konnten. Wie lang ist er schon? Zwei Stunden ungefähr. Wann denkst du, wird die Polizei aufmerksam werden? Bei ihm? Nächste Woche würde ich tippen. So lang? Naja, okay. Bei ihm ist das nachvollziehbar. Der Kellner kam und brachte den Wein. Lars hob das Glas. Ich tat es ihm gleich. Kurz darauf sah er für einen Moment weg und ich schüttete blitzschnell etwas Pulver in sein Glas. Mehr als einen Augenblick brauchte ich nicht. Es war nicht das erste Mal, dass sein Auftrag so abgelaufen war. Der Betroffene bot plötzlich eine viel größere Summe und dann war eben der Auftraggeber dran. Ich sah zu, wie Lars einen weiteren Schluck Wein nahm. In nicht einmal drei Minuten würde er einen Herzstillstand erleiden. Zeitfenster, Zeitfenster, Zeitfenster. Sobald ich die ersten Merkmale sehen würde, würde ich einen Grund vorschieben und verschwinden. Seitengasse, Feuerleiter, leere Wohnung. Drei Stunden ausharren. Andere Kleidung. Alles war präpariert. Immer, wenn ich mir klarmachte, dass alles geordnet war, wurde ich entspannter. Ich nahm noch einen Schluck Wein. Glaubst du, du hast alles perfekt geplant? Was meinte er? Ich sah ihn nur an. Ich weiß längst, dass du mich umbringen willst. Er lächelte noch breiter und stürzte dann das komplette Weinglas herunter. Entgeistert und verwirrt sah ich ihm dabei zu, wie er das Glas bis zum letzten Tropfen auskostete. Und jetzt kannst du nichts mehr dagegen tun. Und zum ersten Mal hatte ich wirklich Angst. Ich weiß, dass die Zeit nach dem Unfall für meinen Mann nicht leicht war. So ein Unfall, besonders dieser Schwere, verändert einen. Nicht nur das Aussehen, auch der Charakter ist betroffen. Als ich wieder nach Hause kam, war ich natürlich verletzt, als mein Mann im ersten Moment schockiert und vielleicht auch etwas angeekelt war, aber meine Verletzungen waren schwer und wurden nur grob genäht. Mehrere Bereiche an meiner Haut wirkten wie ein Flickenteppich. Die Anzahl der Stiche konnte ich selbst nur grob schätzen. Aber er hat mich wieder angenommen. Auch wenn die ersten Umarmungen zögerlich waren, gewöhnte er sich allmählich an mein Erscheinungsbild. Ich weiß, dass er mich liebt. Über alles. Wenn die Liebe nicht so stark wäre, dann würde er mich nicht bei sich behalten. Die ersten Tage blieben wir zu Hause und saßen die meiste Zeit auf der Couch, redeten miteinander. Anfangs war es nicht ganz leicht, mich zu verstehen. Bei dem Autounfall wurde meine Hals- und Mundregion beschädigt, sodass ich nicht mehr wirklich klar sprechen kann. Mit Händen und Füßen, meinen Satzfetzen und manchmal einer Notiz auf einem Block klappte es dennoch irgendwie. Es war schön, wieder miteinander reden zu können. Und nun, nachdem ich zurückgekehrt war, waren die Gespräche noch viel intensiver. Manchmal musste ich an die Zeit denken, in der wir uns gerade kennengelernt hatten. Er brachte mir häufig Fleisch, über das ich mich freute, da ich es auch zumindest einmal am Tag brauchte. Auch wenn ich ihn in den Zeiten, in denen er das Haus verließ, sehr vermisste. Manchmal kamen Freunde zu Besuch, dann durfte ich nicht aus dem Zimmer. Ich verstand natürlich, warum er mich in das Zimmer sperrte, aber es verletzte mich. Eines Abends, als sein bester Freund gerade nach Hause gegangen war, erklärte ich es ihm, sagte ihm, wie ich mich fühlte. Mein Ziel war es gar nicht, dass er irgendetwas verändert. Ich wollte nur, dass er mir zuhört. Aber er verstand und reagierte direkt. Ich stehe zu dir, wirklich. Und es tut mir leid, dass ich das nicht genug gezeigt habe. Schon zwei Tage später lud er alle Verwandten, alle Freunde ein. Ich wartete im Zimmer und hatte wie draußen die Versammlung langsam eintrudelte und sich unterhielt. Er hatte nicht erzählt, warum sie herkommen sollten, aber fast alle hatten direkt zugesagt. Komm raus, sagte er. Ich war unglaublich aufgeregt, als ich den Türgriff herunterdrückte und in das Zimmer trat. Aber gleichzeitig übermannte mich auch ein Gefühl der Erleichterung. Vor mir standen meine geliebten Verwandten und Freunde. Am liebsten hätte ich direkt alle umarmt, doch das, was ich in ihren Gesichtern sah, ließ mich innehalten. Verhalten, Entrüstung, Entsetzen, Ekel. Mehrere Leute waren innerhalb einer Minute herausgestürmt und auch die anderen gingen bald. Mein Mann versuchte noch zu erklären, aber es war zu spät. Das Urteil war gefällt und ich war verstoßen worden. Endgültig. Als der letzte Gast gegangen war, kam mein Mann zu mir. Ich musste nichts sagen, ich musste kein Zeichen geben. Er stand einfach vor mir und sagte, Ich stehe zu dir. Ich werde für immer zu dir stehen. Ich liebe dich. Er sagte mir, dass er mit dem Mann sprechen würde, der mich wieder zum Leben erweckt hatte. Er sagte mir, dass er einen Schritt weiter gehen würde, dass uns bald niemand mehr trennen würde. Er sagte mir, dass er jetzt gehen würde und dass ich mir keine Sorgen machen müsste. Ich wollte nicht, dass er geht. Ich wollte nicht, dass er das für mich tut. Er musste dieses Opfer nicht bringen. Er musste mir seine Liebe nicht beweisen. Aber sein Entschluss stand fest. Er instruierte mich, zeigte mir, was ich tun sollte. Er war sich nicht hundertprozentig sicher, ob das Ritual funktionieren würde, da ich selbst nicht mehr unter den Lebenden wandelte, aber er ließ es darauf ankommen, ließ sich um nichts in der Welt davon abbringen. Am Nachmittag sah ich einen Bericht im Fernsehen. Mein Mann war von einer Brücke gesprungen. Ich führte alle Schritte präzise durch, kontrollierte mehrmals, ob ich alles richtig gemacht hatte. Doch trotzdem hatte ich Sorge, dass es nicht funktionieren würde. Aber am Abend kam er zurück. Das Ritual, das mir zurück ins Leben geholfen hatte, hatte auch ihm zurück ins Leben geholfen. Ich hatte verstanden, warum er im ersten Moment erschrocken gewesen war. Auch er war entstellte, aber ich wusste, dass er es für mich getan hatte. Das Ritual hatte funktioniert und ich wusste nun, dass er für immer zu mir stehen würde. Doch nur einen Tag später bemerkten wir, dass niemand mehr ohne Probleme Fleisch besorgen konnte. Die Nachbarn waren gerade im Garten. Wir sollten mal hingehen. Kommen Sie zur Eröffnung des Quayne-Stollens. 15 Jahre ist die Katastrophe nun her und zum ersten Mal darf die Anlage wieder von jedem besucht werden. Lüften Sie das Geheimnis der Herbert-Quayne-Schachtanlage. Ich wollte meinen Ohren nicht trauen. 15 Jahre war es her und ich wünschte mir, es wäre nicht mehr als eine schlechte Erinnerung. Ein längst vergessener Albtraum, der mir nun durch ein paar Sätze aus dem Autoradio wieder vor Augen geführt wurde. Ich muss mich erklären. In meiner Kindheit spielten meine Freunde und ich oft Ball, streunten durch die Straßen und irgendwann begannen wir, wahrscheinlich im Alter von elf oder zwölf, verbotene Orte zu betreten. Erst kleine Nachbarsgärten und ähnliches gingen in Keller, die offen standen, versuchten immer riskantere Dinge zu machen und das ließ uns auch lange nicht los. Es war unsere Form von Kick, während andere Kinder in den Freizeitpark gingen. Später, als wir 14 und 15 waren, schlichen wir uns auf Friedhöfe und als uns das nicht mehr ausreichte, auch in den Herbert-Quayne-Schacht, der nahe unserem Dorf gelegen war und die meisten Leute im Dorf mit Arbeit versorgte. Die Anlage war weitläufig und natürlich sahen wir uns erst die Anlage an, bevor wir uns nach unten in den Schacht wagten. Es gab nur einen Weg nach unten, ein größerer Aufzug und es würde schwer sein, während den Schichten dort hinunter zu gelangen. Das Werk war fast rund um die Uhr in Betrieb, sodass wir auf einen Feiertag warteten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir nachts in den Kontrollraum schlichen, allerdings nicht um alle Geräte zu starten, sondern nur um das Notstromaggregat einzuschalten, damit der Aufzug und ein paar Lichter funktionierten. Stefan half uns dabei, sein Vater war Elektroniker und hatte ihn schon oft mit zur Arbeit mitgenommen. Wir schlichen uns über das dunkle Gelände, um schließlich mit dem Aufzug nach unten zu kommen. Die Wächter des Geländers waren nicht wirklich zuverlässig und damals wurde an Videoüberwachung noch oft gespart. Der Aufzug brachte uns tief in den Schacht. Die staubige, trockene Luft ließ manche von uns husten. Überall standen verschiedene Maschinen und ähnliches. Förderkörbe und die verschiedenen elektronischen Systeme durchzogen die vielschichtigen Gänge, welche sich in alle Himmelsrichtungen abzweigten. Einer meiner Freunde hatte Asthma und ließ bald von uns ab, um nach oben zu gehen. Er sollte schmierig stehen. Das war relativ sinnlos, denn auch wenn er nach unten rufen würde, würden wir es nicht hören. Nur mit Feuerzeugen bewaffnet wagten wir uns immer tiefer in die dunklen Schächte, die nur stellenweise richtig ausgeleuchtet waren. Oftmals war es sehr schummrig und man konnte nur wenige Meter nach vorne blicken. Was genau hier abgebaut wurde, wussten wir nicht. Wir wussten, dass es sich allerdings nicht um traditionellen Bergbau handelte, sondern um ein Forschungsprojekt einer internationalen Firma. Mein Vater hatte mir einmal erzählt, dass seine Freunde von natürlichen Hüllensystemen und gewissen seltsamen Pflanzen und kleinen Tieren erzählten, aber genaueres wusste er auch nicht. Die von Menschen gemachten Gänge unterschieden sich vor allem in der Größe. Vielleicht waren sie genormt oder so etwas. Wir folgten einige Zeit lang den Schienen der Anlage, die allerdings nicht in alle Nebengänge des Bergwerks abzweigten, sondern nur die großen Hauptgänge abfuhren. In den natürlichen Höhlen, die wir immer mal wieder passierten, waren gar keine Schienen errichtet worden. Vielleicht wollten dies die Forscher nicht. Es wurden immer Gänge um die Höhlen herum gebaut, damit das Schienensystem gut durchlaufen konnte. In den dunklen Stellen konnten wir uns nur an den Stromkabeln entlang hangeln, die seitlich an den Wänden entlang liefen. Wir waren nun gut ein paar Stunden unterwegs und hatten schon mehrere Abzweigerungen genommen. Labyrinthartig schlängelten sich immer schlechter behauende Gänge durch den Berg. Hier waren auch keine Schienen mehr, allerdings konnte man stellenweise noch Spuren sehen, dass hier mal Schienen gewesen waren. Vielleicht waren das Gänge, die nicht mehr genutzt wurden, weil hier nichts gefunden wurde. Ich kann nur raten, genaues weiß ich nichts darüber. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie Lukas, der Älteste, in der Gruppe irgendwann ausgesprochen hatte, was wir alle dachten. Leute, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Es war wie eine bittere Wahrheit, die zwar durchaus in den Gedankengängen vorhanden war, aber nun schlagartig wahrgenommen wurde. Wir hatten noch einige Zeit durch die Gänge, ob es ein paar Minuten waren oder mehrere Stunden, weiß ich nicht mehr. Ich hatte zu der Zeit völlig das Zeitgefühl verloren, doch irgendwann, als längst die meisten Feuerzeuge leer waren, kamen wir um die Ecke zu einem Gang, aus dem ein fahles, aber einnehmendes Licht leuchtete. Ein Weg nach draußen? Waren wir am Rand des Berges? Unwahrscheinlich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Das Licht kam nicht, wie erwartet, von der Decke, sondern aus dem Boden. Vor dem Loch, welches die Quelle des Lichts war, lagen ein paar Bretter und aus den Wänden hingen kleine Metallstangen. Aus irgendeinem Grund wirkte dieser Gang allerdings natürlich. Die kleinen Metallstangen waren wohl als eine Art Kleiderhaken in den Stein geschlagen worden, denn an manchen hing noch alte Kleidung von den Arbeitern. Vielleicht war das hier auch eine Nische für die Arbeiter, um ein wenig Pause zu machen. Ich weiß noch, wie ich die improvisierten Kleiderhaken untersucht hatte und unglücklich mit meinem T-Shirt an einem hängen blieb. Es war ein teures Band-T-Shirt, was ich zum Geburtstag bekam und deshalb versuchte ich es sorgsam vom Metallstück zu trennen. Ich sagte den Leuten, dass sie schon einmal weitergehen sollten und das Licht untersuchen sollten. Sie sollten zurückkommen, wenn sie einen Ausgang gefunden hätten. Ich sah noch, wie sie vorsichtig nach unten stiegen. Ich mühte mich weiter ab, mein T-Shirt von dem Metallrohr zu lösen und bekam nicht mit, wie die Zeit verging. Die Stimmen meiner Freunde verschwanden in der Ferne, doch plötzlich spürte ich, wie der Boden leicht bebte und hörte die erstickten Schreie meiner Freunde. Kaum einen halben Gedanken später sah ich, wie meine Freunde aus dem Loch krochen mit weit aufgerissenen Augen. Lukas, der vorhin gesprochen hatte, packte mich am Arm und riss mich vom Metallrohr. Wortlos rannten wir zurück, während der Boden immer stärker bebte und schafften es nach einiger Zeit endlich nach oben. Unser Freund, der oben schmiere stehen sollte, war längst verschwunden, aber es interessierte uns nicht weiter. Erst als wir hunderte Meter von der Anlage entfernt waren, schnappten wir nach Luft. Ich fragte die anderen, was sie dazu gebracht hatte, so schnell zu laufen, aber keiner von ihnen bekam ein Wort heraus. Erst jetzt hatte ich bemerkt, dass einer von ihnen fehlte. Ich fragte damals die anderen, was passiert war, wieso wir nicht mehr komplett waren, doch mehr als ein Kopfschütteln brachten sie nicht zustande. Ich weiß noch, wie eine tiefe Verbitterung in den Gesichtern meiner Freunde gezeichnet wurde, wie man sie nur von vergessenen Alten kennt. Nur wenige Stunden später wurde ich angerufen von den Eltern meines Freundes, doch ich stammelte nur irgendetwas Unbrauchbares. Ich fühlte mich schuldig und ich wusste ja auch nicht, was passiert war. Bald darauf wurde ich auch von der Polizei befragt, konnte jedoch nichts sagen, was weiterhelfen würde. Ich ging davon aus, dass mein Freund schon nicht mehr lebte. In der Schule waren meine Freunde meist unter sich, stumm, vor sich hin starrend, und Tag um Tag ging Lose vorüber. Stefan, der damals schmiere gestanden war, fragte mich, was los war, doch auch ich konnte nur den Kopf schütteln. Ich wusste ja auch nichts. An eine Szene kann ich mich noch erinnern, wie auf dem Gang in der Schule Stefan Lukas fragte, was passiert war, und Lukas wütend nur ein Lass es gut sein! ausspuckte und dann weiterging. Ich weiß, dass sich Lukas kurz nach dem Abitur umgebracht hatte. Es setzte ihm wohl am meisten zu. Die anderen sind weggezogen. Vielleicht leben sie noch, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Ich beschloss bei einer der Führungen, durch das Bergwerk dabei zu sein. Dadurch, dass es wieder in mein Bewusstsein gedrängt wurde, nagte es an mir und brach alte, fast vergessene Wunden wieder auf. Schon am nächsten Tag fuhr ich auf den Berg, und die Schilder zeigten mir den Weg zu dem Parkplatz. Ich wusste nicht einmal, ob dieses Ding, was auch immer mein Freund verschwinden ließ, überhaupt noch lebte, überhaupt noch da war. Der Eingang zu dem Bergwerk war nicht oben, wie damals, sondern an der Seite des Berges. Der Zugang wurde anscheinend neu geschaffen, denn ich konnte mich nicht an diesen erinnern. Vor dem neu geschaffenen Eingang zu der Mine oder dem ehemaligen Forschungsprojekt wurde ein kleines Häuschen aufgebaut, und neben dem Eingang war eine Plakette mit der Aufschrift Herbert Crane Anlage. Innerhalb des Häuschens konnte man ein paar Andenken und eben auch Tickets für die Führung kaufen. 4,50 kostete es für Erwachsene. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Führung, sagte der Verkäufer, nachdem Geld und einen fetzen Pappe den Besitzer gewechselt hatte. Er war wohl der einzige Angestellte neben dem Gruppenführer, welche draußen noch eine Zigarette rauchte. Die Führung sollte in den nächsten 10 Minuten anfangen, und ich war überrascht, wie viele sich zu der Mine noch drängten. Ich war nicht davon ausgegangen, der Einzige zu sein, aber ich hatte gedacht, dass man die Besucher an einer Hand abzählen könnte. Dennoch mindestens 30 Leute konnte ich grob ausmachen. Das erleichterte mich ein wenig. Es würde es mir deutlich einfacher machen, unbemerkt die Gruppe zu verlassen. Im Souvenirshop stand nur das Übliche herum. Bücher zum Thema, ein, zwei scheußliche T-Shirt-Motive, Tassen und Anhänger. Es war nicht viel, die Sachen lagen eher vereinzelt herum und bildeten ein doch eher ärmlich wirkendes Zusammenspiel. In Gedanken war ich sowieso bei dem Licht, was damals mystisch aus dem Loch geströmt war. Allerdings konnte ich ja nicht einfach hineinrennen. Man würde sicher die Polizei rufen. Willkommen zu der Führung durch das Herbert-Crain-Werkwerk. Unterbrach der Gruppenleiter meine Gedanken und führte die Gruppe von Leuten schnell in die Gänge. Der Mann erzählte ein paar Nichtigkeiten, bevor wir uns richtig in Bewegung setzten, während er sprach. Der Schacht wurde damals 1958 eröffnet, anfangs noch mit dem Gedanken, Kohle zu fördern. Allerdings merkte man schnell, dass hier Forschung im Bereich Pflanzen und Tiere lohnenswerter wären. Der Gruppenleiter blieb stehen und klopfte gegen die massive Steinwand. Damals wurde der Berg von oben erschlossen, da der Stein mit den damaligen Maschinen nicht durchzubrechen war. Der Betrieb lief bis vor 15 Jahren, als durch ein kleines Erdbeben große Teile der Anlage zerstört wurden. Die Ausbeute der bisherigen Forschungsarbeit war gering, sodass man deshalb auch die Anlage einstellte. Nun mit neuen Maschinen hat man relativ billig den damaligen Schacht von der Seite erschlossen, um die restlichen Arbeitsgeräte rauszuholen und die Herbert-Quain-Anlage wurde großzügigerweise der Stadt überlassen. Wir waren mittlerweile an ein paar Abzweigungen vorbeigekommen und drangen immer tiefer in die Anlage. Der Gruppenleiter machte eine kurze Pause vor einer Wand und ging auf Fragen der Leute ein. Möglichst leise schlich ich um die Ecke und verschwand von der Gruppe. Nur ein Feuerzeug leuchtete mir den Weg. An ein paar der Felsenformationen erinnerte ich mich und so fand ich nach einer geschätzten Viertelstunde die Nische. Immer noch mit den Kleiderhaken. Ein paar der Gänge waren in der Nähe eingestürzt, doch dieser Gang war unbeschädigt geblieben. Ich krochte in das Loch und kletterte ein paar Steinfugen herunter und befand mich in einem langen, nach unten führenden Gang, von dessen Ende aus ein pulsierendes Licht leuchtete, welches hier allerdings noch leicht schwummerig war. Je länger ich dem Gang folgte, desto wärmer wurde es. Eine drückende Hitze machte sich breit und mittlerweile war der Gang hell erleuchtet. Vor mir breitete sich eine gigantische Höhle aus, erfüllt von einem orangefarbenen Licht und je tiefer ich vordrang, desto stärker war ein leichtes Zittern des Bodens wahrzunehmen und ich war überrascht. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, eine Kreatur oder ähnliches, doch in der Höhle war nur ein Atmen, welches aus jeder Richtung zu kommen schien und tausende Stimmen, die in einer prähumanen Sprache flüsterten. Mein Verstand begann zu zerbröckeln, zu zersplittern. Das war nicht real, ein unstetes Atmen und Flüstern. Ich spürte ein leichtes Stechen innerhalb meines Körpers und die Luft schien dünner zu werden. Der Boden bebte immer stärker, sodass kleine Kiesel aus den Wänden gelöst wurden. Meine Anwesenheit schien das formlose Wesen zu verärgern. Größere Stücke aus den Wänden fielen herab, während das Stechen in meiner Brustgegend noch stärker wurde und so schnell ich noch konnte, verließ ich die Höhle, kroch wieder aus dem Loch heraus. Das Stechen war schon merklich schwächer geworden, doch unsägliche Kopfschmerzen machten sich in mir breit. Auch schien es, dass die Stimmen immer noch leise in meinem Kopf flüsterten. Schweißbedeckt rannte ich durch die einzelnen Gänge zurück zur Oberfläche, an der verdutzten Gruppe und dem Ticketverkäufer hinaus ins Freie. Zitternd fuhr ich mit meinem Auto wieder zurück, denn ich dachte, ich würde mich sicher in meiner Wohnung fühlen. Doch in meiner Wohnung angekommen, war ich immer noch verwirrt und geängstigt. Zu wissen, was meine Freunde damals so verstörte, hatte mir nicht geholfen. Im Gegenteil, ich war nur ebenfalls verstört und fühlte mich hilflos. Das ist nun ein paar Stunden her. Es ist mittlerweile nach Mitternacht und ich habe den Entschluss gefasst, mich diesem formlosen Wesen zu stellen. Rache zu üben. Ich muss nur den herunterfallenden Steinen und dem Wahnsinn lange genug standhalten, bis sich das Wesen selbst vernichtet hat. Ein Auszug aus einem lokalen Radiobericht am Tag nach dem Einsturz. In der gestrigen Nacht stürzte ein Teil des Berges ein, in welchem vor kurzem die Herbert-Quain-Anlage für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wurde. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand und es wird auch niemand vermisst. Kurz vor dem Einsturz sollen allerdings ein paar Anwohner ein seltsames Geräusch gehört haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Als ich durch das Tor gehe, das nur noch halb in den Angeln hängt und den Garten hinter den hohen Mauern sehe, setzt mein Herz einen Schlag aus. Alles ist verwildert. Meine Großmutter lässt alles verkommen. Nachdem mein Großvater gestorben ist und wir uns auf der Beerdigung gesehen haben, ist mir klar geworden, dass ich mich bald um sie kümmern werden muss. Wer sonst? Ich weiß nicht mal, wie sie es geschafft hat, die Beerdigung zu organisieren. Vielleicht hatten sie längst einen Vertrag für einen solchen Fall gehabt. Der zweite Todesfall innerhalb eines Jahres. Erst meine Mutter, dann Opa. Und jetzt bin ich hier. Drei Wochen Urlaub, um alles zu regeln. Mein Chef hat mir zum Glück freigegeben, obwohl es gerade nicht einfach im Büro ist. Zu viele Kunden, zu wenig Leute. Meine Frau sitzt hochschwanger zu Hause. Hoffentlich wird das Kind nicht früher kommen. Noch mehr Probleme kann ich gerade nicht gebrauchen. Halte ich an deinen Termin, denke ich und grinse. An der Tür klingel ich und warte. Nach ein paar Sekunden höre ich Schritte und Oma macht mir die Tür auf. Im Nachthemd. Es ist 16 Uhr. Hallo Mortimer. Wie war die Fahrt? Gut Oma. Wir umarmen uns. Sie ist dürr. Fast nur noch Haut und Knochen. Ich dachte, du kommst erst heute Nachmittag. Deswegen habe ich mich noch nicht umgezogen. Einen Augenblick stutze ich, doch dann lächle ich und nicke. War wenig Verkehr, deswegen bin ich jetzt schon da. Ich zieh mich mal um. Setz dich einfach schon mal ins Wohnzimmer. Ich mach gleich Kaffee. Sie steigt die Treppe nach oben und ich sehe mich um. Schaue zumindest in was für einem Zustand das Erdgeschoss ist. In der Küche stapelt sich Geschirr. Dokumente liegen herum. Es ist nicht wirklich unordentlich, aber kein Vergleich zu früher. Früher war alles aufgeräumt. Alles sauber. Im Kühlschrank ist fast nur Joghurt. Sonst nur eine angefangene Packung Bratheringe. Angewidert verziehe ich das Gesicht. Morgen muss ich auf jeden Fall einkaufen. Das wird fast zwei Stunden dauern. Hier in der Nähe ist nur Wald. Keine anderen Häuser. Es ist sehr abgelegen. Mein Handy klingelt und ich gehe kurz ran. Meine Frau. Wir reden nicht lang. Nur wie die Fahrt war und wie es ihr geht. Ich bin dankbar für ihr Verständnis, aber ich merke, dass sie Angst hat. Und hey, ich bin bald wieder da. Ich lege auf und kurz darauf kommt auch schon Oma runter. Kaffee? Gern. Wir sitzen am kalten Kamin, über dem noch immer Opas altes Gewehr hängt, und trinken zusammen eine Tasse Kaffee. Hätte man es nicht abgeben müssen? Wir reden nicht viel, aber Großmutter scheint sich trotzdem zu freuen, dass ich da bin. Es ist gut. Irgendwann geht sie nach oben und ich bleibe allein zurück. Es ist unglaublich still hier. Nur draußen vom Wald seltsame Geräusche. Aber das war schon immer so. Ich nehme den letzten, bitteren, kalten Schluck und steige dann die Treppe ebenfalls nach oben, in das Gästezimmer. Als ich das Licht anmache, sehe ich, dass Oma sich fast gar nicht auf mich vorbereitet hat. Die Bettwäsche liegt zwar da, aber es ist nichts bezogen oder Sonstiges. Es hat sich viel geändert. Sehr viel. Ich stelle mich ans Fenster und sehe raus in den dunklen Wald. Als ich klein war, durfte ich immer nur am Rand spielen, damit ich nicht verloren ging. Eines Nachts sah ich, wie Oma in den Wald ging. Daran erinnere ich mich noch. Ich hatte nicht schlafen können und das Fenster einen Spalt aufgemacht. Seltsame Geräusche. Immer und immer wieder. Schließlich habe ich Opa geweckt und gesagt, dass Oma im Wald ist. Damals ging ich irgendwie davon aus, dass das Verbot, das für mich galt, auch für andere oder so galt. Ich weiß noch, wie Opa sich aufgesetzt hat und gesagt hat, dass Oma im Wald gegen Monster kämpft. Meine Mutter hat mich irgendwann aufgeklärt, dass sie ab und an nach dem Hochsitz sehen musste, weil sich dort immer wieder Jugendliche trafen. Opa war Förster und Jäger. Deswegen wohnten sie auch so nah am Wald. Aber sie unterstützte ihn, wo es nur ging. Das Haus gehörte aber nicht zu der Arbeit. Sonst hätten sie es, nachdem Opa in Rente ging, längst abgeben müssen. Irgendwann würde das mir gehören. Was wäre es wohl wert? Hunderttausend Euro? Hundertfünfzigtausend? Zweihunderttausend? Auch heute mache ich das Fenster in Spalt auf. Ich beziehe das Bett und lege mich dann hin. Es ist so unfassbar ruhig. In der Stadt hört man immer Autos, immer irgendwen. Besoffen auf der Straße, ab und an Sirenen und hier einfach nichts. Nur die Geräusche des Waldes. Wenige Tiere, aber vor allem das Rauschen des Waldes im Wind. Am nächsten Morgen sehe ich zuerst noch Oma, aber sie schläft noch. Also entscheide ich, direkt in die Stadt zu fahren und lasse ihr einen Zettel da. Sie muss endlich wieder etwas Richtiges essen. Die Fahrt ist langweilig. Nur hier und da ein Reh, das sich umfahren muss. Ich habe das Gefühl, dass diese Straße nur für meine Großeltern gebaut wurde. Als ich endlich aus dem Wald raus bin, prasseln Geräusche auf mich ein. Bald schon erreiche ich die Kleinstadt und den Lärm dieser. Ich halte beim Supermarkt und kaufe alles ein, was wir möglicherweise brauchen könnten. Nudeln, Kartoffeln, Cola, Wasser, Gemüse, Obst, Eingelegtes. Genug, um ein paar Wochen zu überleben. Definitiv muss ich sie bald in ein Pflegeheim bringen oder einen Pfleger herholen, auch wenn ich mich nicht wohl bei Letzterem fühlen würde. Die Treppen und alles. Nachdem alles im Kofferraum verstaut ist, fahre ich zurück. Ich sehe, dass sich ein paar Leute zu mir umdrehen, als ich in Richtung des Waldes fahre. Wahrscheinlich nutzt die Straße sonst wirklich niemand. Am Haus angekommen, schreibe ich Lana erst mal eine SMS und steige dann aus, packe die ersten zwei Tüten und trage sie herein. Oma ist schon wach und steht im Nachthemd in der Küche. Hallo Oma, gut geschlafen? Oh, Mortimer, ich dachte, du kommst erst am Nachmittag. Ich sage nichts, sondern räume die Einkäufe in den Kühlschrank. Ich koche später für dich. Das ist lieb. Ich werde mich noch für ein paar Stunden hinlegen. War die Fahrt denn gut? Die Fahrt war gut. Hast du dein Auto in der Garage geparkt? Nein, an der Straße. Aber das klaut schon keiner. Mach das bitte. Wir umarmen uns und dann geht sie wieder nach oben. Die restlichen Einkäufe sind schnell verstaut. Erst überlege ich, direkt Essen zu machen, aber ich weiß nicht, ob Oma so bald wieder aufsteht. Spazieren. Ich verlasse das Haus und lehne die Tür wie auch während der Einkaufsfahrt nur an. Ich habe keinen Schlüssel und ich weiß nicht, wo der Ersatzschlüssel liegt. Als ich den Waldrand erreiche, überkommt mich ein unwohles Gefühl. Ich habe ihn damals immer nur zusammen mit Opa betreten. Ich greife in meine Hosentasche, in der an meinem Schlüsselbund das Taschenmesser hängt, was er mir damals geschenkt hat und womit wir aus dickeren Stöcken kleine Figuren geschnitzt hatten. Ob die noch irgendwo auf dem Dachboden sind? Ich trete in den Wald ein und lasse das Ganze auf mich wirken. Ich weiß nicht mehr genau, wo der Hochsitz ist, den er für die Jagd verwendet hatte und ob er überhaupt noch steht. Aber so wichtig ist das nicht. Vorsichtig gehe ich weiter und achte auf jedes Geräusch. Ich will nicht von einem Tier angefallen werden. Plötzlich klingelt mein Smartphone. Du hast mich fast zu Tode erschreckt, sage ich, als ich abnehme. Hier ist alles so verdammt ruhig. Aber du, ich habe gerade keine Zeit. Können wir später reden? Sie stimmt zu und ich lege auf. Ich weiß nicht, warum ich gelogen habe, aber gerade ist das nicht so wichtig. Erst jetzt wird mir klar, wie viel Zeit ich ständig eingespannt bin. Hier einfach spazieren zu können ist auf eine ganz eigene Art ein Stück Freiheit. Ich stücke das Smartphone wieder in die Hosentasche, nachdem ich einige Sekunden lang darauf gestarrt habe und sehe dann wieder auf. Ein Moment lang bin ich irritiert. Am Baum vor mir sind Kratzspuren. Waren die eben auch schon da? Gibt es hier Beeren? Mir wird unwohl bei dem Gedanken und ich kehre schnell um. Wir essen am frühen Nachmittag. Es gibt Spaghetti mit Champignons und einer Sahnesauce. Nichts Besonderes, aber Oma schlingt es förmlich herunter. Sie muss lange nicht mehr richtig gegessen haben. Opa hätte sich viel früher um eine geeignete Pflege kümmern müssen. Morgen wird es wieder passieren, sagt sie irgendwann und starrt ängstlich nach draußen. Was wird passieren? Sie schüttelt den Kopf, wendet den Blick ab und ist weiter. Ich tue es ihr gleich. Sie baut ab. Am Abend suche ich mit meinem Smartphone die Kosten für eine Privatpflege heraus. Nicht einmal WLAN gibt es hier. Ich notiere alles und dann hoffe ich, dass Oma genug Geld auf dem Konto hat, denn das würde mein Gehalt komplett auffressen. Vielleicht wäre ein Pflegeheim wirklich eine Option. Am nächsten Morgen ist Oma schon früh auf und eine Kaffeekanne steht schon auf dem Tisch, als ich aufstehe. Wir setzen uns wieder in die beiden Sessel am Kamin und trinken zusammen eine Tasse. Oma, ich habe das Gefühl, dass es dir nicht mehr so gut geht. Mein Mann ist tot. Ich zögere einen Moment. Was würdest du davon halten, wenn wir dich an einen anderen Ort bringen? Einen Seniorenstift oder sowas? Ein Pflegeheim? Das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Ich massiere meine Nasenwurzel und frage mich, was ich tun kann, um sie umzustimmen. Irgendwann stehe ich auf und mache Essen. Gefüllte Paprika, Kartoffelbrei und Speck und Bohnen. Vielleicht wird sie das wieder glücklich machen. Während wir zusammen essen, wirkt sie noch abwesender als sonst. Aber ich frage nicht nach. Irgendwann ruft meine Frau an. Ich stehe kurz auf, rede kurz mit ihr und lege dann wieder auf. Irgendwie stört es mich. Die letzten Monate waren zu nah. Die ganze Zeit. Wenn das Baby da ist, werden wir noch genug Zeit zusammen haben. Nach dem Essen liest sie ein wenig und ich räume etwas auf. Ich will, dass es aussieht wie früher. Zumindest für ein paar Tage. Ich bringe die Papiere weg und immer wieder schaue ich nach draußen. Ich muss den Eingang reparieren. Dringend. Am frühen Abend trinken wir wieder einen Kaffee zusammen und ich versuche noch mal über ein Pflegeheim zu sprechen. Nein, Mortimer. Das geht nicht. Ich gehe hier nicht weg. Irgendwann wird... Nein, das geht nicht. Sie sieht mich an und ich merke, dass sie völlig klar ist. Aber ich habe noch ein paar Wochen. Sie blickt zu der Waffe am Kamin und schüttelt dann den Kopf. Wir sollten schlafen. Es ist spät. In Ordnung, Oma. Ich bringe dich ins Bett. Es ist ein seltsames Gefühl, als wir die Treppe nach oben steigen und sie mir an der Treppe noch gute Nacht sagt und mir einen Kuss auf die Wange gibt. Sie lächelt und geht dann in ihr Zimmer. Irgendwie ist die Situation viel seltsamer für mich, als sie sein sollte. Ich ziehe mich aus, öffne das Fenster, um frische Luft zu bekommen und lege mich ins Bett, starre an die Decke. Wie soll das alles werden? Oma kriegt einen Pfleger, von dem ich noch nicht weiß, wie wir ihn bezahlen sollen und Lana bekommt ein Kind und ich liege hier und ich will nie wieder aufstehen, sondern nur noch schlafen. Und irgendwann schlafe ich tatsächlich ein. Ich wache von einem Knallen auf und stehe schlagartig auf. Was war das? Es regnet mittlerweile. Ein Blitz? Verschlafen gehe ich ans Fenster und will es schließen. Es hat reingeregnet. Doch da, meine Großmutter läuft in Richtung des Waldes. Oma! rufe ich. Sie scheint mich nicht zu hören und verschwindet zwischen den Bäumen. Scheiße! Ich ziehe mich so schnell wie möglich an und renne nach unten, ziehe meine Schuhe an und gehe raus in die Gewitternacht. Ich kann sie zwischen den Bäumen schon gar nicht mehr ausmachen. Oma! rufe ich noch einmal. Keine Reaktion. Dann laufe ich los und bin in wenigen Sekunden durchnässt. Immer wieder rufe ich nach ihr. Was will sie denn? Noch immer irgendwelche Jugendlichen verscheuchen? Komm zurück! Meine Klamotten sind mittlerweile ein einziger nasser Sack und meine Lunge tut weh vom Rennen. Aber überall nur Bäume, Bäume, Bäume. Nirgendwo sie. Und dann Geräusche. Knurren. Ich sehe mich um, aber kann nicht erkennen, wo es herkommt. Zweige knacken. Meine Nackenhaare stellen sich auf. Wieder ein Knurren. Näher. Und plötzlich werde ich zu Boden gerissen und eine Klaue reißt mir die Kleidung auf. Es blitzt und die Klaue reißt mir auch die Brust auf. Ich schreie. Ich schreie und schreie. Ich spüre den Atem der Kreatur auf mir. Finger nach meiner Tasche. Noch ein Hieb mit der Klaue und dann streifen mich die geifernden Zähne. Speichel tropft in mein Gesicht. Alles tut weh. Ich will nicht mehr. Ich denke an Oma. Denke an mein Kind. Denke an meine Frau. Packe das Messer in meiner Tasche. Klappe es auf und steche zu. Immer und immer wieder. Jaulen. Hohes Jaulen. Die Kreatur lässt von mir ab. Ich stehe unter Schmerzen auf, verfolge das Vieh und steche ihm in den Rücken. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, bis die Kreatur zusammenklappt. Blut strömt aus so vielen Teilen meines Körpers. Ich atme schwer und lehne mich an einen Baum. Behalte das Wesen im Auge, aber es regt sich nicht mehr. Es sieht ähnlich aus wie ein Wolf, aber nicht. Mein Herz setzt ein paar Schläge lang aus, als ich sehe, wie sich die Haare des Tieres langsam in den Körper ziehen. Da ist nackte Tierhaut, die verschrumpelt. Und dann liegt da jemand. Es blitzt. Großmutter liegt da. Es gibt keine Jugendlichen. Gab es nie hier. Ich sehe hoch in den Himmel. Vollmond. Und dann sehe ich zu der Bisswunde an meiner Schulter, aus der Blut tropft. Der Regen wäscht das Blut von mir. Und dann sehe ich die Kratzer der Zähne, aus denen Blut tropft. Der Regen wäscht das Blut von mir. Ich atme tief ein und aus und hole mein Smartphone aus der Tasche. Lana, Lana, tut mir leid, dass ich so spät anrufe, aber es ist wichtig. Wir müssen umziehen. Kommt zum Haus meiner Großmutter. Du hast doch die Adresse, oder? Ich erkläre dir alles später. Ich läge mich. Und da. Ich etc. Es wird auch die Kratzer dem, Ich schaufe dir. Ich erkläre schon. Ich schaufe dir das. Vielen Dank.